Hi, hallo ihr Lieben, ich bin's Bastian, euer unabhängiger Sensi-Star-Berater und ich habe ganz, ganz tolle Neuigkeiten. Dieses Wochenende lohnt es sich definitiv wieder mal auf meine Website zu schauen, wohnprinz.sensi.de, denn es sind ganz, ganz viele Sensi-Bestseller wieder in den Shop gekommen. Zum Beispiel ganz viele Mini-Duftlampen, ganz viele normale große Lampen, also original große Lampen und Düfte. Bestseller, Lieblinge, Klassiker, alles ist wieder da, beziehungsweise jetzt schon einiges wieder ausverkauft. Unter anderem ist auch die Sensi-Lampe wieder da, mit der ich damals quasi meinen allerersten Kontakt zu Sensi hatte. Die habe ich mir gekauft als Kunde und zwar ist das die Believe in Your Dreams Steckdosen-Mini-Duftlampe. Das heißt, die kommt einfach in die Steckdose gesteckt, oben hast du ein kleines Schälchen, da kommt dann der Wachswürfel rein und schon kann es losgehen. Immer noch für mich meine absolute Lieblingslampe von den Mini-Duftlampen, ich liebe sie sehr und ich halte sie in Ehren. Und wie gesagt, ganz, ganz viele Düfte sind endlich wieder da. Und wenn du Sensi noch gar nicht kennst, dann möchte ich dir kurz erklären, was Sensi eigentlich ist. Sensi ist eine sichere und saubere Alternative zu Duftkerzen. Bedeutet, wir erwärmen mit unseren Duftlampen Wachs. Das hier ist ein Wachsbar von Sensi, das sind acht Würfel, die insgesamt bis zu 120 Duftstunden halten und das für 8,50 Euro. Aktuell, aufgrund der Senkung der Mehrwertsteuer, bekommst du sie sogar ein bisschen günstiger, weil wir auch diese Mehrwertsteuersenkung an euch weitergeben. Und wie gesagt, bis zu 120 Duftstunden für so einen niedrigen Preis. Sichere und saubere Inhaltsstoffe, keine giftigen Ausgasungen, kein Ruß, kein Rußgeruch, keine Rauchentwicklung. Denn wir erwärmen mit unseren Lampen nur das Wachs und verbrennen es nicht. Das bedeutet, weder die Duftstoffe noch das Wachs werden verbrannt und du hast dadurch ein pures Dufterlebnis. Die Duftlampen sind so konzipiert, dass sie das Wachs, wie gesagt, nur erwärmen. Auf die Elektrik der Duftlampen bekommst du lebenslange Garantie und im Vergleich zu Duftkerzen im großen Glas, die in etwa auch 120 Duftstunden halten, kostet es, wie gesagt, nur 8,50 Euro, während die großen Marken Duftkerzen eines bekannten Herstellers 29,90 Euro in der UVP kosten. Also, es lohnt sich definitiv vorbeizuschauen. Absolute Empfehlung für mich an dich ist auf jeden Fall die Disney Willens Kollektion. So eine geniale Duftlampe und so tolle Düfte. Das Duftset unter 30 Euro in einem Buch quasi, wie ein Märchenbuch, drei verschiedene Düfte. So großartig, also eine klare Empfehlung. Und wir haben auch noch weitere Kollektionen, die Winterkollektion ist da, die Weihnachtskollektion. Und es gibt die Bring Back My Bar Collection. Das sind absolute Lieblingsdüfte, die wirklich sehr, sehr beliebt waren, die von den Kunden jetzt wieder zurückgewotet wurden. Also, wie Du siehst, ein Besuch auf wohnprinz.zenzi.de lohnt sich definitiv. Schau vorbei, bevor die Sachen wieder ausverkauft sind. Und wenn Du eine kostenlose Beratung von mir haben möchtest, dann schreibst Du mir auf Instagram. Da heiße ich at wohnprinz.zenzi. Oder Du suchst auf Facebook nach meiner Senzi-Seite wohnprinzunabhängiger Senzi-Berater und schreibst mir da. Ich freue mich auf Deinen Besuch. Stöber rum und denk dran, wer Düfte mag, wird Senzi lieben. Senzi ist für mich Qualität pur. Also, da habe ich auf jeden Fall Freude dran. Und dieses Gefühl, diese Begeisterung, die alle Kunden haben, was Senzi betrifft, die kann man nicht beschreiben. Die muss man einfach erleben. Vielen Dank fürs Einschalten. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Euer Wohnprinz. Ciao, ciao. Ne. Lass laufen. Euer Bastian. Ciao, ciao.